Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Zwillinge, heute bist du bereit, mit außergewöhnlicher geistiger Klarheit und Schärfe zu glänzen. Deine intellektuellen Fähigkeiten sind auf einem hohen Niveau und du wirst von einer Fülle neuer Ideen überflutet, die aus verschiedenen Quellen stammen, sowohl von außen als auch von innen. Du bist gesprächiger als sonst und möchtest deine innovativen Gedanken mit deinen Mitmenschen teilen. Optimismus und Enthusiasmus bestimmen heute deine Aussichten und machen es zu einer vielversprechenden Zeit für intellektuelle Unternehmungen und sinnvolle Gespräche mit anderen. Wenn es darum geht, deinen Zeitplan zu managen, gibt es praktisch nichts, was du nicht schaffen kannst, wenn du entschlossen bist. Auch wenn du vielleicht nicht Rocky nacheifern willst, indem du rohe Eier trinkst und die Stufen des Philadelphia Art Museum hinausprintest, kannst du dir morgens eine zusätzliche Stunde Zeit nehmen, um eine erfrischende Runde zu joggen, bevor du dich an deine täglichen Aufgaben machst. Diese konzentrierte Anstrengung ermöglicht es dir, die Einflüsse der aktuellen Planetenausrichtung effektiv zu steuern und ein Gefühl von Ausgeglichenheit und Wohlbefinden zu bewahren. Deine Anpassungsfähigkeit ermöglicht es dir, dich harmonisch in die bestehende Struktur einzufügen, was zu einem äußerst produktiven Tag führt. Was dich in der vergangenen Woche vielleicht vor Herausforderungen gestellt hat, geht jetzt mit überraschender Leichtigkeit vonstatten und erfordert nur minimale Anstrengungen deinerseits. Deine Fähigkeit, dich an veränderte Umstände anzupassen, ist ein wertvolles Gut, das zu deinem Gesamterfolg beiträgt und diese Zeit zu einer besonders günstigen Zeit für deine Unternehmungen macht. Die astrale Konstellation bringt heute eine Reihe interessanter Fragen hervor und verlangt nach offenen Antworten. Zweifellos gibt es in deiner Beziehung eine leidenschaftliche Intensität, aber einige grundlegende Fragen müssen geklärt werden. Es ist nicht länger ratsam, diese Diskussionen hinauszuzögern, denn das behindert dein persönliches Wachstum und dein Potenzial für mehr Glück. Es ist an der Zeit, diese Themen mit Ehrlichkeit und offener Kommunikation anzugehen, denn das kann zu einer erfüllteren und harmonischeren Verbindung mit deinem Partner führen. In Herzensangelegenheiten stehen die Sterne in dieser Zeit günstig für dich. Du stehst kurz vor einem bedeutenden romantischen Durchbruch, egal, ob du gerade Single bist und auf der Suche nach einem besonderen Menschen oder dich bereits in einer Beziehung befindest. Das Universum sendet positive Signale in deine Richtung und schafft einen günstigen Moment, um neue Möglichkeiten zu erkunden. Sei offen für zufällige Begegnungen, die dich mit einem potenziellen Partner bekannt machen, oder konzentriere dich darauf, die Bindung zu deinem jetzigen Partner zu vertiefen. Liebe liegt in der Luft und dein Herz schwingt mit dem kosmischen Rhythmus, der dich mit einer tiefen Liebesverbindung in Einklang bringt. Vertraue deinem Instinkt und erlaube dem Universum, dich zu der dauerhaften Liebe zu führen, nach der du gesucht hast, oder nähre und stärke die Liebe, die ihr bereits teilt, für eine Zukunft voller Wärme und Verbundenheit. Lass dich von dieser Welle positiver Energie mitreißen und beobachte, wie die Liebe in deinem Leben aufblüht. Außerdem bildet die Sonne im Skorpion heute ein harmonisches Treigen mit dem rückläufigen Saturn in den Fischen, was dir die Möglichkeit gibt, Struktur und Organisation in verschiedene Aspekte deines Lebens zu bringen. Während dieser Zeit kann deine Intuition verstärkt werden, was das Schreiben von Tagebüchern und die Selbstreflexion fördert. Nutze diese kosmische Energie, um dich zu konzentrieren und die notwendigen Aufgaben für ein erfolgreiches und erfülltes Leben zu erledigen. Auch wenn das Erwachsensein und die Verantwortung manchmal herausfordernd erscheinen mögen, sind sie grundlegende Bestandteile einer reichen und lohnenden Zukunft. Diese Himmelsausrichtung ermutigt dich, in deinem privaten und beruflichen Leben für Ausgewogenheit und Stabilität zu sorgen und ermöglicht dir eine effektive Organisation und durchdachte Planung. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die drei der Stäbe steht für Expansion, Erkundung und den Blick in die Zukunft. Diese Karte zeigt, dass du heute voller Optimismus und Vorfreude bist. Sie steht für eine Zeit der Horizonterweiterung und der Suche nach neuen Möglichkeiten. Die drei der Stäbe ermutigt dich, Vertrauen in deine Fähigkeiten zu haben und mutige Schritte in Richtung deiner Ziele zu unternehmen. Sie erinnert dich daran, dass du dir eine bessere Zukunft schaffen kannst, wenn du dich auf Veränderungen einlässt und dich ins Unbekannte wachst. Zusammen mit der drei der Stäbe haben wir den Narren. Diese Karte steht für Neuanfänge, Spontaneität und einen Vertrauensvorschuss. Sie steht für eine Zeit, in der du dich mit einem Gefühl der Unschuld und des Vertrauens auf ein neues Abenteuer einlässt. Der Nar lädt dich dazu ein, die Energie der Spontaneität zu nutzen und Risiken einzugehen, ohne Angst vor dem Scheitern zu haben. Er erinnert dich daran, dass manchmal die lohnendsten Erfahrungen gemacht werden, wenn man aus seiner Komfortzone heraustritt. Als letztes haben wir den König der Münzen. Diese Karte steht für finanziellen Reichtum, Stabilität und ein starkes Verantwortungsbewusstsein. Sie steht für eine Zeit der Sachlichkeit und für die Notwendigkeit, deine Ressourcenweise zu verwalten. Der König der Münzen ermutigt dich, deine finanziellen Angelegenheiten verantwortungsvoll anzugehen und deine Ressourcen effektiv zu nutzen. Er erinnert dich daran, dass du deine langfristigen Ziele erreichen kannst, wenn du für Stabilität und Sicherheit sorgst. Die drei der Stäbe, der Nar und der König der Münzen bilden zusammen eine Kombination aus Expansion, Spontaneität und Praktikabilität. Mach dir heute die Energie der drei der Stäbe zunutze, indem du optimistisch nach vorne blickst und nach neuen Möglichkeiten suchst. Habe Vertrauen in deine Fähigkeiten und gehe mutige Schritte auf deine Ziele zu. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Narren, indem du offen für neue Anfänge bist und einen Vertrauensvorschuss gibst. Lass dich auf Spontaneität ein und hab keine Angst, dich ins Unbekannte zu wagen. Kanaliere die Energie des Königs der Münzen, indem du verantwortungsvoll und praktisch an deine finanziellen Angelegenheiten herangehst. Verwalte deine Ressourcen weise und sorge für Stabilität und Sicherheit. Diese Deutung steht für einen Tag der Expansion, Spontaneität und Praktikabilität. Lass dich von der Energie der drei der Stäbe inspirieren, indem du optimistisch in die Zukunft blickst. Lass dich von dem Narren inspirieren, wenn du dich auf neue Abenteuer einlässt. Nutze schließlich die Weisheit des Königs der Münzen, um deine Ressourcen effektiv zu verwalten und die finanzielle Stabilität zu erhalten. Denke daran, dass du dir eine Zukunft schaffen kannst, die mit deinen Zielen und Wünschen übereinstimmt, wenn du mutige Schritte unternimmst und Veränderungen mit Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein annimmst. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl von Aufregung, Spontaneität und Sachlichkeit bewältigen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!